Das gibt es ja gar nicht! Da ist der Show-Slam! Der Show-Slam von Undertaker gegen CM Punk! Ist das der erste Punkt? Eins, zwei, eins! CM Punk kommt raus! Das ist von CM Punk! Was ist das denn jetzt? Ein Comeback von CM Punk gegen den Undertaker! WTF? Was für ein Nick Kramer! Der nächste Konkest ist ein Last Man Standing Match! Es gibt keine Pinn-Fallungen, keine Submissions, keine Countdowns und keine Disqualifikation! Jetzt wird da irgendwie sein Christian Schild. Ist das C-H? Oh! WTF? Christian Haut direkt mit der 20 kaputt! Der nächste Konkest ist ein Fall-Aus-Count! Das ist nochmal ein Kick hinterher nach einem Schlag. Und der nimmt sich jetzt die Stahltreppe, meine Damen und Herren! Der nächste Konkest ist ein Fall! Untertitelung des ZDF für funk, 2017